So schreibe ich nur bei dir, weil du hier keine doofen Antworten bekommst. Soll es hier auch keine geben. Jeder soll hier reden können, worüber er will. Berge um. Uh. Mal schauen, was ich hier reisen kann. Zum Beispiel einen Standardzylinder. Ja, ich war jetzt gerade ganz wichtig, die Bergeungstechnik zu benutzen. Ist das so gut, die Ausbeutung? Ne, ist so gut, dass die Ausbeute jetzt auch nicht. Aber wir benutzen jetzt mal noch den goldenen, habe ich, wenn ich den hier gerade mit rumschleppe. Schaut, ob der was reißt. Alter, was ist das da hinten? Achso, das ist so ein Vogel. Uh. Uh. Hör die Funktionsarm. Hör die Funktionsarm. Uh. So. Ja. Boah. Ja, die dritte Form, ähm, habe ich vorhin gesagt. Die gibt's erst ab dem achten Kapitel. Gibt's noch nicht. Wo geht's da hin? Idora-Höhle. Wow. Ich mein, man kann sich ja zurückporten, ne? Runo einschloss Geheilpunkt. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Der Wind ist mein Freund. Ich hab doch zufällig, wie ich am besten Kernkristall bekomme, gesehen, dass man... Vor allem auch, wie ihre dritte Form ausschaut. Die schaut halt mal mega aus. Äh... Fuck. Scheiße, jetzt muss ich den ganzen Drecks weg nochmal laufen. Huhuhuhu. Vom, alle, weg! Dann wirds mit neuen fühlen. He, wer ist dein Daddy? Hä, wer greift dich an? Der blöde Vogel? Du warst ja eh halben Kilometer weg, Mann! Na ja, dann schaffst du das. Wir vertrauen ihm. Äh, Toro mei. Na ja, dann schaffst du das. Ist das ein Bossgegner? Oh, scheinbar. Au! Alter, wie jetzt alle 5 Sekunden irgendein Viech kommt? Lass mich mal irgendwo hinlaufen und gib mir nicht auf den Sack. Hanna... Ich bin sehr froh. Was? Ach komm, das war doch jetzt Bullshit. Oh komm ey, das war doch jetzt behindert einfach. Das ist das, was mir in dem Spiel so auf den Sack geht ey. Dass die dich dann auch noch kilometerweise noch treffen. Wobei der irgendwie plötzlich hinter mir war. Warum sehe ich denn der mich schon wieder? Weil die Platte und Mist wie... Halt! 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 Das war's für heute. Das ist doch nicht Dauerfrau, das ist die selbe Attacke, die sie immer macht. Ah ok, das ist Dauerfrau. Sollte nur spielen, dafür hat es jetzt einen riesigen Tropfen hinten drin. Mit dem soll es erstmal klarkommen, dämlicher Vogel. Der riesige Felser hat sie bezahlt gemacht. Soll ich das, was das? Soll ich parliamentieren? Dann nimmst du einen Umweg? Dann hast du keinen Bock deine blunden Klinge umzustellen und dann... ...haben die Drecksviecher wieder. Aha, das war so klar. Ich habe schon gesehen, wie er sich umdreht. Sprint er gerade in Abgrund runter? Alter, Tora, ist das euer Scheiß-Erstet? Ey, wieso habe ich Scheiß-Abgrund runtergesprungen? Das ist in Absicht drin. Strang! Ja! Du bist in Ordnung! Du bist in Ordnung! Du bist in Ordnung! Du bist in Ordnung! Strang! Du bist in Ordnung! Das war schon so gedacht mit Tropfen. Strang! Du bist in Ordnung! Strang! Du bist in Ordnung! Papi, mach was! Mach was für dein Geld! Mach was für dein Geld! Du bist in Ordnung! Du bist in Ordnung! Das ist in Ordnung! Du bist in Ordnung! Du bist in Ordnung! Dämliches Drecksvieh. Wie gesagt, das mit Tropfen sollte sich schon falsch anhören. Da komm ich doch so auch einfach runter, oder? Oh, falsche Richtung. Was bist denn du? Nein! Ah, okay, ich kann da hoch. Scheiße, gerade jetzt muss die Batterie nachlassen. Okay, ich bin der Mann. Nein! Wo geht's hier weiter? Hilfe! Oh, da muss ich da rein. Wer geht's da hoch? Nein, nein, lass mich hinrufen. Ja, nochmal die Schlange auch kalt. Tja ist ja classrooms, die Hände. Ach, da muss ich da hoch beginnen. Ja, das muss ich nehmen. Ach, das muss ich mitnehmen. Da haben wir jetzt zu sehen, wie man das nicht benutzt habe. Ach, das an Hände. Ach, das war's auch nicht. Das kann ich mir nicht tun. Ach, das ist ja klar. Ich glaube, das ist ja klar, ich muss ich nehmen. Ach, das ist ja klar. Ach, das ist ja klar. Achtung! warum ist er wieder voll das spiel will mich doch jetzt verarschen nicht treffen nicht treffen lassen wir nun ich kann doch nicht runter springen sterben bitte geh einfach weg bitte einfach weg noch leb ich du kommst hier nicht rein das kannst du vergessen bitte lass ihn keinen angriff haben der mich hier trifft bitte 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 warte der kommt hier rein er kommt hier rein was ist denn das wieder für ein arschloch gebiet aber jetzt mal ernsthaft das ist die frage muss ich in die höhle ja 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 Ich habe mich nicht gesehen. Hat er mich jetzt auch gesehen? Hat er mich jetzt auch gesehen? Hat er mich jetzt auch gesehen? Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Aber ich bin froh. Doch. Was ist denn raus? Okay, also was brauche ich jetzt hier mit Element und Sprungkraft? Fischkunde Fischkunde Dann muss ich das bei ihm machen, also Wind Sprungkraft Und nochmal ein Wind-Element Muss dir eigentlich reichen Was ist das? Alter, nur muss ich hier kämpfen, nachdem ich meine Klinge umgestellt habe, du Sau Nein, ich kann nicht klettern, doch ich kann klettern Ich kann hier auch meine Klinge nicht umstellen, solange ich da bin Nein Oh, Glück gehabt Was für eine linke Nummer Oh 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 Ich glaube, ich muss hier gar nicht lang scheißen. Das heißt, ich muss zu den dämmigen Drecksbüchern wieder zurück. Das heißt, ich muss hier nicht aufschrauben. Ja, da ist mal eine zweite bekommen, das Tier. Oh, da sind kein Gestern wieder rausgeschoben. Noppern-Dublone. Äh, okay. Oh, dahinter geht's weiter. Noch mehr Fledermäuse. Ich freu mich. Oh, die können dich beim Kleidern gar nicht aufhalten, geil. Äh. Okay. Oh, das war's. Ich habe ihn. Da ging es hoch? Oder ging es da unten irgendwie weiter? Das ist Drecksvieh schon wieder. Warum sieht er mich trotzdem auf die Entfernung? Was soll denn das? Komm wenn ich sie her, du Drecksvieh. Ich habe die Entfernung, aber ich habe die Entfernung. Das war's für heute. die hat er echt wieder voll energie das gebiet warum kann er sich eine schlange warte mal danach war sie auf 46 warte mal muss doch im weg geben also wollte mich jetzt Das war's. Alter, muss ich echt an der ganzen auf? Alter, echt. Wow, dann war das schon der richtige Weg. Ist das ein Schwachsinn? Ah, dieser Klingenwechseldreck, was sie jetzt einführen. Ja, um weiterzukommen, musst du schon verschiedene Klingen dabei haben, die musst du alle schön reinwechseln. Ich wusste, irgendwann kommt wieder eine Stelle, wo ich mir denke, Alter, wollt ihr mir nur auf den Sack gehen, ihr verdammten Entwickler? Jetzt muss ich wieder umrüsten. Alle, herzlich willkommen. Ich bin sehr hoch und 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 ich bin sehr hoch. Weil ich einen anderen Charakter drin haben wollte. Mit einem anderen Element. Warum sind denn die Schiffe da irgendwo runtergefallen, Alter? Ihr scheiß Spastis. Was macht ihr denn die ganze Zeit? Was? Warte, was brauche ich jetzt da oben? Erde? Sprungkraft ist auf 1. Wow, dann brauche ich nochmal Sprungkraft. Schlösserknacken. Windelement, Windelement. Sprungkraft. Da ist Erde. Da ist Erde. Danke. Beobachtung. Beobachtung. Sprungkraft. Ja, da brauchen wir jetzt noch. Sie hat nicht mehr. Ja, jetzt müsste es reichen. Nein, Erde brauche ich auch auf 3. Oh ne, ok, habe ich. Fahrt der Gläubigen. Ich weiß, wie kommen denn die anderen eigentlich immer hin? Ach, er stimmt hier auf dem Luftschiff. Oh, scheiße, Vogel. Ich werde ja was, jetzt kann ich jetzt rüstig meine Klinkenpartner wieder aufnolen, wenn sie mir wieder noch ein Sack gehen danach. Hobby ist denn da? Ja, ich werde jetzt noch ein Sack gehen. Verfallener Pilkw Oh das Ruin Oh 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 shit Oh 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 Do Oh Oh Was ist das? Echt? Mia, bitte? Mia... Er sollte diese Schmerzen anzeigen. Ich hatte Angst, was ich wieder zurückgebracht. Ich hätte das Leben wieder zurückgebracht. Ich hätte auch, dass ich mir das Leben in eine Chance hätte. Mia... Ich hab mich nicht erzählt, dass ich das自由 ist. Ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Leben leben kann. Metsu, wenn du dein Kraft hast, dein Kraft ist, dass ich mein Kraft ist. Wenn du dein Kraft hast, kannst du das Kraft haben und kannst du das Kraft haben. Du kannst du mit Blades auswählen. Du kannst du mit meinem Körper auswählen. Hey, ich hab's ja nicht mal als Klingel ausgerüstet, was soll das? Äh, dass ich den immer als Klingel ziehen lassen muss. Oh, fuck, der ist auf 2 und 5, so wegradieren, ey. Ich glaube, ich muss dann doch meinen Klingel wieder ausgerüstet. Er ist das ein Wunsch, der als Klingel ausgerüstet hat. Naja, lass ich mal ein Ding machen. Hä? Letzter. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Naja, scheiße, das schafft es auch wieder, ne? Boah, wie unschule der Kressler hat er gesagt. Oh, fuck. Naja, ich würde dann halt mal gern mehr Kuchen verpassen, aber das kann ich nicht. Weil da ständig einen blockt, er sagt. Oh, das zieht jetzt auch weniger ab, ne? Weil ich das schon mal hab auf mir. Ja, hab ich nicht mehr. Ja, ich würde dann auch nicht mehr ab, ne? Ja, ich würde dann auch nicht mehr ab, ne? Na, ich würde dann auch mal ganz schnell ab, ne? Ja, ich würde dann auch mal ganz schnell ab, ne? Das war's für heute. Nein, ich kann mich noch nicht wechseln, Alter! Du dreckig ein Whisky! Ich komme nicht zu meinen Angriffen. Oh scheiße, nein, Mann! Alter, jetzt krieg ich halt mein Combo auf mich rein, weil ich ständig die Leute sterbe! Ich muss einen Heiler mit reinnehmen, Alter, nie alleine ist scheiße! Ich kann mich noch nix mehr machen, weil der ständig dieser Scheiß-Siegel mit reinmacht! Oh, ist das ein Müll, ey! Vor allem, ich versteh's halt nicht, warum wir dir einen Boss-Gegner das geben können, was du ewig viele Combo dazu brauchst! Der macht's halt einfach! Aber nein, wir müssen mit unseren Klingen, müssen wir spezielle Combo machen, weil das ist... Das muss man so machen! Okay, Klingenpartner! Rock, du musst wieder raus, dann nehmen wir sie wieder rein! Stachelschutz bringt mir nix, Schleuder... Klingelfässer-Resistenz... 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 Also, nochmal... Oh, ich hab' vergessen, die Aufnahme wieder zu aktivieren... Wahrscheinlich hab' ich das dazwischen geschnitten... Biss, MIA... sucked, Miatz! Konistem ich bei dir, wie zu schlimmen! akora Female ist es politisch! So war nicht Safuu! Beklarait Takebelang Lower! Ich bin der Fall, der ist das Geist! So, ich bin der größte Worte! Aber das ist das Geist! Wenn du wiederholfen hast, hast du nicht mehr Geist! Du kannst dich mal aufhören! Fynnigst du auch! Ich bin der Fall, dann sehen wir! Ich bin der Kraft! Leks, ich bin der Fall! Ich bin bereit! Was ist das? Was ist das? Ich denke, ich denke, es ist nicht so... ... ... ... ... ... Nyaa! Tömee! Naniをしやがった! Ich habe mich verletzt, dass ich den Körper wiederverletzt habe. Es ist nicht nur ein Blades, aber es ist nur ein Mensch. Es ist nur ein Mensch. Es ist nur ein Mensch. Ich habe mich verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ja, ich werde dir nur ein bisschen erzählen. Ich bin mein Platz, Metsu. Das ist hier. Was ist das denn? Metsu... Äh, Monado-Technik benutzt. Nicht wirklich besonders, ich mein... Schon der Pyre Jens hat teilweise wie Monado ausgeschaut. Also, dass es hier Monados gibt, hat mich jetzt gar nicht gewundert. Und dass es nie eine andere Form hat, haben wir ja vorher schon mitbekommen. Also, das war jetzt dann bloß noch ganz cool, dass man es mal so ganz sieht. Das war eher so, na endlich. Ah, das ist doch so ein 61er, oder die Sau? Ja, okay, 60 macht's halt besser. Nani ga delu kana, da...